...vereinigten Gruppgarnwerke Kirschau erreicht. Jährlich 700.000 attraktive Schlaf- und Schmuckdecken, mehr als bisher, können jetzt bereitgestellt werden. Dazu ging heute im Werk Löbau eine rekonstruierte Produktionsstätte in Betrieb. 52 Arbeitsplätze wurden eingespart. Inge Lange, Kandidat des Politbüros und Sekretär des ZK der SED, beglückwünschte die Frauen zu ihren guten Arbeitsergebnissen.